Erinnert ihr euch noch an die Zukunft? Du musst mit mir kommen! Wohin? Zurück in die Zukunft! Sind wir zurück? Ja, das sind wir. Wie meinst du, dass wir sind in der Zukunft? 21. Oktober 2015. Eini, jetzt können wir sogar unsere Hochzeit sehen! Wow, die Zukunft, die muss ich mir näher ansehen, Doc. Sieh nur, was sich bei uns alles verändert hat. Oh! Er ist ja der absolute Schlafmann. Du darfst niemandem etwas sagen. Du bildest dir wohl ein, dass du mich... Da, sieh nur! Und fass bitte nichts an! Entschuldige, ich brauch mal dein Hoverboard. Hinterher, der will sich verdrücken! Wow! Und sieh dir bitte auf nichts an. Ich habe die Zeitmaschine nicht entwickelt, um beim Glücksspiel zu gewinnen. Entschuldige, ich verliere so ungern. Ich habe die Zeitmaschine entwickelt, um durch die Zeit zu reisen. Doch, das finde ich völlig okay. Ich will doch nur ein paar Dollar einsacken. Der Zeitablauf wurde unterbrochen und hat uns ein verändertes 1985 beschert. Ja, einiges hat sich verändert. Die Panker haben sich überall breit gemacht. Nein, das ist immer noch Hill Valley, obwohl ich mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen kann. Doch sie sind alle wieder dabei. Ihr verfluchten Allmstasen! Biff! Hallo, hallo! Ist da jemand? Mami, das bist doch nicht etwa du. Du bist so gewaltig. Michael J. Fox. Christopher Lloyd. Mein Gott. Michael J. Fox. Ja, wir Teenager, verstehst du? Und Michael J. Fox. Mami, bist du das? Steven Spielberg präsentiert einen Robert Zemeckis Film. Zurück in die Zukunft. Teil 2. Also, bis dann, Leute.